Soll ich einfach so laufen lassen? Hallo, mein Lieben Splasher! Alter, Splasher ist nice. Hallo, mein Lieben Splasher, Freunde. Splasher? Hallo. Spizzarino, Spizzarino, Pepperoni. Auf jeden Fall, Guys, neue Runde Splatoon am Start. Ach, warte, was war jetzt wirklich die Begrüßung? Oh, hallo. Ja, wir sind in der neuen Runde. Oh. Wir nehmen jetzt halt einfach drei Parts am Stück auf, weil ich ein bisschen was vorproduzieren muss. Okay. Und demnächst, also, demnächst poste ich auch auf Twitter. Ich werde vielleicht nochmal irgendwann, vielleicht kam es sogar schon online ein Ankündigungsvideo mit meiner Nintendo Network-ID, weil mich echt viele Leute nach Wii U spielen fragen, wo ihr mich einfach enden könnt. Und dann für die Leute, die halt mir halt auf Twitter folgen, die wissen halt immer Bescheid, wann ich Splatoon spiele, wann ich Mario Kart 8 spiele, wann ich Smash spiele. Die können dann auch mal dazu joinen und einfach mitspielen. Allerdings, wer mir halt nicht auf Twitter folgt, der hat halt einen kleinen Nachteil, weil der weiß dann halt nicht, wann ich ready bin. Dann muss er halt auf Glück hoffen, dass ich gerade Smash spiele oder so. Da sieht es halt gerade in der Wii U, dass ich online bin. Aber ich möchte halt auch mit euch ein paar Spiele zocken. Aber dazu werde ich dann nochmal ein extra Video machen. Der Panda-Jumball. Das wäre schon cool. Twitter ist echt cool. Ja, hol euch Twitter. Okay, neue Runde Splatoon. Moraine-Türme. Heute mal eine neue Map. Aber wir haben immer noch die andere Map vom letzten Mal. Aber wir sind im Gegnerteam. Das heißt, einer von uns gewinnt oder verliert halt wieder. Einer von uns gewinnt oder verliert. Das hast du gut erkannt, Paul. Danke für diese Schlussfolgerung. Was ist mit dem Sniperer los, Alter? Sniperino? Ja, wir haben Sniper, Alter. Der snipt euch weg. Ey, das ist bei der Map richtig gay. Ich meine... Sniper? Nein, nee, Sniper generell. Ich mag ihn nicht. Da. Oh, warte, überlebe ich das? Okay, gut. Äh, da ist jemand von euch. Ich bin gerade richtig im Einfarbe... Oh, lol. Das war gerade bei mir. Da habe ich gerade hingeschossen, Alter. Ja, aber du hast niemanden getroffen. Nein, oh. Ich liebe den Kontrast von diesem Blauen und Orangen. Ja, ja. Gibt's auch cool aus. Komm doch um die Ecke. Komm doch um die Ecke. Einfach getötet. In sein. Hallo, Pauli! Ich bin ja gar nicht. Ich nicht. Ich nicht. Wurde es gerade getötet? Nee. Nee, geh weg. Hallo, Pauli! Oh, lol. Ich habe so einen Beschützer, Mann. Richtig, Mann. Beschützer, Mann. Hat einfach gerade unseren Spawn eingegriffen. Oh, 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 oh. Oh, nee! Oh, lol, du bist in meine Mine gelaufen. Ich wollte den Kill geben, Mann. Lauf in meine Mine. Lauf in meine Mine. Was ist los mit dem? Lauf in meine Mine. Ja, nice. Bekommen, okay. Easy. Wir sind dabei. Oh, nice. Und? Oh, lol. Auch bekommen, Alter. Oh, ich bin gerade richtig im Mode. Ich bin gerade richtig im Mode. Hallo! Oh, lol. Oh, Mann. Ich habe gerade mein Inferno. Verdammt. Doofe Anna, ey. Alter, mein Team ist wieder so richtig schlecht. Ich bin gerade richtig im Mode. Ja, ja, klar. Ja, wer ist hier im Mode? Oh, das war super ein Schade. Das war ich gar nicht. Wusste ich. Pam, wir sind noch weggeschickt, Alter. Oh, lol. Holy shit. Holy shit. Okay, 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 okay. Hier so. Hier machen wir auch noch einen hin. Da, hier. Der ist lecker, Mann. Der ist lecker, Mann? Einen zu mitnehmen. Was ist los hier, Bahn? Ich nehme mich auch noch mit, Alter. Der ist lecker. Den gönne ich mir mal zum Frühstück. Den halbzehn Schokoriegel, meinst du? Okay, halbzehn Schokoriegel. Der ist gut. Kauf den jetzt. Oh, lol. Oh, lol. Holy shit. Ausgewischen. Ausgewischen, Alter. Ausgewischen. Gut. Alter, ich bin gerade richtig im Mode. Ja, ich auch, Alter. Richtig im Mode, Mann. Oh, lol. Er ist auch in meine Mini laufen. Alter, ich bin gerade so im Mode. Alter, ich war so im Mode. Euer Team ist halt scheiße. Alter, das haben wir gut. Alter, wenn wir das jetzt verloren haben, ne? Dann war ich nicht. Ja, klar habt ihr verloren, Alter. Als ob! Guck dir meine Stats an. Guck dir meine Stats an. Guck sie dir an. Guck dir meine Schuhe an. Ich habe 1100 Punkte, 8 zu 1. Wir hatten den Afkala. Ist das so ein Scheißernst? Mein Team war scheiße. Wie scheiße. Oh, Junge. Oh, wow. Wie sad. Eine neue Ausgabe der Nachrichten. Oh, wir haben neue Maps. Das ist aber gut. Aber jetzt müssen wir wieder in eine neue Runde kommen. Das heißt, hier gibt es kleinen Kutt. So, guys. Wir sind wieder da. Gerade eben gab es eine kleine Unterbrechung von zwei Spielen. Ja, irgendwie haben die Server gerade ein bisschen rumgespuckt. Und ja, jetzt geht es wieder auf jeden Fall. Wir spielen jetzt im Camp Schützenverein. Wir sind mit Paul in eine Runde. Eine Runde? Und die haben keinen Roller. Und wir auch nicht. Nice. Die Match. Die Map habe ich noch nie gespielt. Aber die sieht so cool aus. Die ist cool. Die habe ich schon bei... Beim YouTuber gesehen. Ich habe gar verstanden. Beim YouTube, Alter. Bei Mu. Bei Mu gesehen, Mann. Mu hat die gespielt. Mu ist Splatoon Weltmeister. Cool. Und Loll hat jetzt schon eine Entfernungfeuer. Was ist los bei dem Jungen? Muss erst mal gucken. Wo ich lang muss. Muss erst mal gucken. Aha. Hoch geht es in dem Spiel nochmal. Da ist die Map riesig. Die Map ist echt groß. Und da eröffnen sich Spiele auch irgendwie so Lupen oder so. Keine Ahnung. Ist aber auf jeden Fall echt eine coole Map. Aha, da sind alle Gegner. Die gibt es auch in dem Spiel, ja? Das ist ja echt cool. Ist ja der Wahnsinn. Mann, 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 Mann. Warum habe ich das nicht schon vier Jahre gekauft? Spaß, habe es am Releasetag einfach gekauft. So, pam. Ich habe es nicht am Releasetag geholt, aber schon recht nah daran. Ich bin bei dir, Paul. Alles gut. Nee, alles ist schlecht. Alles gut, mein Junge. Ich bin direkt hinter dir. Du, Peek, das macht mir Angst. Das bringt nichts, wenn du mir hinterher läufst. Oh, da sind Feinde. Oh, einfach getötet, Peek. Und jetzt. Oh. Oh, Leute, hinter dir. Nee. Hat die dich auch getötet? Die war Koreanerin, Alter. Da machst du nichts, Mann. Da machst du gar nichts. Du kannst dich einfach hinstellen und das ist schon so. Dann hat die gewonnen, Alter. Ja, das ist halt unfair. So. Alles klar. Follow me around. Alter, was ist da denn? Das ist so ein Bäddebart oder so. Oh, nee. Oh. Oh. Oh, la, 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 la. Die ist heute gefallen. Oh, la, ja, ich kann auch gesehen. Verrecke. Läuft bei dir. Hey, wie kommt man denn da auf dieses große Bällebecken oder was das ist? Ich weiß nicht, so von außen oder ich weiß es auch nicht genau, wie die Mare funktioniert. Aber sie ist cool, Mann. Sie ist cool, Mann. Da ist Wasser. Oh, ich bin ja gerade fast noch drüber. Coolpun. Onepunch. Okay. Alter, Coolboy und Onepunch-Man sind bestimmt Brüder. Nein. Warum könnten die mich so töten und ich nicht? Gut. Passt sie nicht. Wir gehen gerade von hinten in deren Basis, Mann, alles safe. Trud ist bitte mal nicht sterben. Meinst du gerade mich mit nicht sterben? Nee, nee, nee. Ich meinte es nicht. Oh, Gott. Oh, wow. Ich habe gerade mein Tinferno frei. Oh, Gott. Oh, Junge. Ah. Paul, ich bringe jetzt zu dir. Nee, eine schlechte Idee. Go. Ich verstehe mich. Stirb, du einfach. Okay, gut. Hallo, Sniperino. Wir können uns gewinnen. Das war ein Sniperer. Wird close. Ich habe ein Tinferno, das ist gut. Ich hätte auch eins. Das habe ich schon losgeburstet. Pew, pew. Okay, okay. Ich... Ah, da, 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 da. Okay, oh. Wird close. Warum haben wir das? Aber ich glaube, das... Es wird close. Aber ich glaube, wir haben gewonnen. Ja. Easy, meine Güte. Easy, meine Güte. Easy, meine Güte. Easy, meine Güte. Okay, guys. Das war der zweite Part von Splatoon. Wir haben einfach jetzt... Die Parts werden einfach 5-7 Minuten lang gehen. Ich habe 37 Minuten Aufnahmezeit. Ja. Gut, auf jeden Fall war es das mit... Oh, lol, Level 21. Das neue Level-System ist echt cool. Okay, guys. Bis jetzt am nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, bleibt spritzig. Tschüss. Tschüss. Tschüss.